Wie oft gehst du ins Kino? Einmal im Monat. Wie oft gehst du ins Kino? Einmal im Monat. Hast du einen Lieblingssport? Ja, ich mag Fußball. Hast du einen Lieblingssport? Ja, ich mag Fußball. Bist du oft zu Hause? Ja, meistens. Bist du oft zu Hause? Ja, meistens. Wann hast du Feierabend? Um 17 Uhr. Wann hast du Feierabend? Um 17 Uhr. Wie kommst du zur Schule? Mit dem Fahrrad. Wie kommst du zur Schule? Mit dem Fahrrad. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite jeden Tag. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite jeden Tag. Magst du Pizza? Ja, ich liebe Pizza. Magst du Pizza? Ja, ich liebe Pizza. Trinkst du Kaffee mit Zucker? Nein, ohne Zucker. Trinkst du Kaffee mit Zucker? Nein, ohne Zucker. Spielst du Schach? Ja, aber nur selten. Spielst du Schach? Ja, aber nur selten. Spielst du Schach? Ja, ich liebe Pizza. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 25 Jahre alt. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 25 Jahre alt. Magst du Schokolade? Ja, sehr. Magst du Schokolade? Ja, sehr. Hast du eine Lieblingsband? Ja, es ist Coldplay. Hast du eine Lieblingsband? Ja, es ist Coldplay. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Machst du Yoga? Ja, manchmal. Ja, manchmal. Machst du Yoga? Ja, manchmal. Gehst du gerne spazieren? Ja, besonders im Frühling. Gehst du gerne spazieren? Ja, besonders im Frühling. Kochst du gerne spazieren? Kochst du jeden Tag? Nein, nur am Wochenende. Kochst du jeden Tag? Nein, nur am Wochenende. Liest du gerne spazieren? Ja, ich liebe Bücher. Liest du gerne? Ja, ich liebe Bücher. Magst du den Sommer? Ja, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Magst du den Sommer? Ja, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Magst du gerne spazieren? Magst du dir? Magst du gerne Auto? Ja, ich fahre gerne. Fährst du gerne Auto? Ja, ich fahre gerne. Magst du Hobbes? Ja, ich male gerne. Hast du Hobbys? Ja, ich male gerne. Arbeitest du im Büro? Ja, ich arbeite im Büro. Arbeitest du im Büro? Ja, ich arbeite im Büro. Bist du sportlich? Ja, ich mache viel Sport. Bist du sportlich? Ja, ich mache viel Sport. Machst du heute etwas besonderes? Ja, ich treffe Freunde. Machst du heute etwas besonderes? Ja, ich treffe Freunde. Hast du eine Lieblingsserie? Ja, ich schaue gerne Friends. Hast du eine Lieblingsserie? Ja, ich schaue gerne Friends. Gehst du oft ins Café? Ja, einmal die Woche. Gehst du oft ins Café? Ja, einmal die Woche. Gehst du Eis? Ja, besonders Schokoladeneis. Magst du Eis? Ja, besonders Schokoladeneis. Wie oft gehst du zum Arzt? Einmal im Jahr. Wie oft gehst du zum Arzt? Einmal im Jahr. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe viele Freunde. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe viele Freunde. Hast du gerne Süßigkeiten? Ja, manchmal. Isst du gerne Süßigkeiten? Ja, manchmal. Bist du oft beschäftigt? Ja, ich habe viel zu tun. Bist du oft beschäftigt? Ja, ich habe viel zu tun. Gehst du gerne zum Strand? Ja, sehr gerne. Gehst du gerne zum Strand? Ja, sehr gerne. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Katze. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Katze. Bist du Vegetarier? Nein, ich habe etwas Fleisch. Bist du Fleisch. Bist du Vegetarier? Ja, ich habe ein Haustier. Nein, ich habe Fleisch. Ja, ich habe.. Trinkst du Wasser mit Kohlensäure? Nein, ohne Kohlensäure. Trinkst du Wasser mit Kohlensäure? Nein, ohne Kohlensäure. Hast du viele Bücher? Ja, ich habe eine große Sammlung. Hast du viele Bücher? Ja, ich habe eine große Sammlung. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, ich wohne in Berlin. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, ich wohne in Berlin. Machst du Sport? Ja, ich gehe laufen. Machst du Sport? Ja, ich gehe laufen. Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du am liebsten am Wochenende? Ich schlafe aus. Hast du oft Besuch? Ja, fast jedes Wochenende. Hast du oft Besuch? Ja, fast jedes Wochenende. Hast du die Zeitung? Ja, jeden Morgen. Liest du die Zeitung? Ja, jeden Morgen. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Magst du Kunst? Ja, ich liebe Kunst. Magst du Kunst? Ja, ich liebe Kunst. Wie oft telefonierst du? Jeden Tag. Wie oft telefonierst du? Jeden Tag. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich kann gut schwimmen. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich kann gut schwimmen. Isst du gern Gemüse? Ja, ich esse viel Gemüse. Isst du gern Gemüse? Ja, ich esse viel Gemüse. Hast du eine Lieblingsblume? Ja, ich mag Rosen. Hast du eine Lieblingsblume? Ja, ich mag Rosen. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Arbeitest du am Wochenende? Nein, ich habe frei. Arbeitest du am Wochenende? Nein, ich habe frei. Fährst du oft in den Urlaub? Ja, jedes Jahr. Fährst du oft in den Urlaub? Ja, jedes Jahr. Trinkst du oft Tee? Ja, jeden Abend. Trinkst du oft Tee? Ja, jeden Abend. Liest du Romane? Ja, sehr gerne. Liest du Romane? Ja, sehr gerne. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Einmal im Jahr. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Einmal im Jahr. Ja, sehr gerne. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Bist du oft krank? Nein, selten. Wie oft krank? Nein, selten. Wie oft krank? Trinkst du Cola? Ja, ab und zu. Machst du gerne Fotos? Ja, Fotografie ist mein Hobby. Machst du gerne Fotos? Ja, Fotografie ist mein Hobby. Magst du deine Stadt? Ja, ich mag sie sehr. Magst du deine Stadt? Ja, ich mag sie sehr. Gehst du manchmal campen? Ja, im Sommer. Gehst du manchmal campen? Ja, im Sommer. Machst du oft Ausflüge? Ja, gerne am Wochenende. Machst du oft Ausflüge? Ja, gerne am Wochenende. Ja, ich lerne viel. Lernst du gerne? Ja, ich lerne viel. Kochst du gerne für Freunde? Ja, das macht Spaß. Was ist dein Lieblingsgericht? Pizza und Pasta. Was ist dein Lieblingsgericht? Pizza und Pasta. Besitzt du ein Haustier? Ja, einen Hund. Besitzt du ein Haustier? Ja, einen Hund. Gehst du oft zu Konzerten? Ja, wenn ich Zeit habe. Machst du oft Urlaub am Meer? Ja, ich liebe das Meer. Machst du oft Urlaub am Meer? Ja, ich liebe das Meer. Wie oft gehst du schwimmen? Im Sommer oft. Wie oft gehst du schwimmen? Im Sommer oft. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, blau. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, blau. Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre oft Fahrrad. Ja, ich fahre oft Fahrrad. Ja, ich fahre oft Fahrrad. Ja, ich fahre often. Ja, ich mag Teamarbeit. Ja, ich mag Teamarbeit. Du Sport? Ja, ich bin sportlich. Magst du Sport? Ja, ich bin sportlich. Trinkst du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Trinkst du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Bist du ein Morgenmensch? Ja, ich stehe gern früh auf. Bist du ein Morgenmensch? Ja, ich stehe gern früh auf. Magst du Tiere? Ja, besonders Hunde. Magst du Tiere? Ja, besonders Hunde. Spielst du Karten? Ja, ich spiele gerne Karten. Spielst du Karten? Ja, ich spiele gerne Karten. Bist du ein großes Haus? Nein, es ist klein. Hast du ein großes Haus? Nein, es ist klein. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite viel. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite viel. Bist du gerne draußen? Ja, ich liebe die Natur. Bist du gerne draußen? Ja, ich liebe die Natur. Trinkst du oft Bier? Nein, selten. Trinkst du oft Bier? Nein, selten. kochst du mit Freunden? Ja, das macht Spaß. Kochst du mit Freunden? Ja, das macht Spaß. Gehst du oft einkaufen? Ja, jeden Samstag. Gehst du oft einkaufen? Ja, jeden Samstag. Ja, jeden Samstag. Sommer oder Winter? Sommer. Hast du eine große Familie? Ja, wir sind viele. Hast du eine große Familie? Wie oft gehst du ins Restaurant? Einmal im Monat. Wie oft gehst du ins Restaurant? Einmal im Monat. Hast du einen Garten? Ja, einen kleinen. Ja, einen kleinen. Hast du einen Garten? Ja, einen kleinen. Oft gehst du ins Kino. Einmal im Monat. Wie oft gehst du ins Kino? Einmal im Monat. Hast du einen Lieblingssport? Ja, ich mag Fußball. Hast du einen Lieblingssport? Ja, ich mag Fußball. Einmal im Monat. Bist du oft zu Hause? Ja, meistens. Bist du oft zu Hause? Ja, meistens. Bist du oft zu Hause? Wann hast du Feierabend? Um 17 Uhr. Wann hast du Feierabend? Um 17 Uhr. Mit dem Fahrrad. Wie kommst du zur Schule? Mit dem Fahrrad. Wie kommst du zur Schule? Mit dem Fahrrad. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite jeden Tag. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite jeden Tag. Magst du Pizza? Ja, ich liebe Pizza. Magst du Pizza? Ja, ich liebe Pizza. Trinkst du Kaffee mit Zucker? Nein, ohne Zucker. Trinkst du Kaffee mit Zucker? Nein, ohne Zucker. Spielst du Schach? Ja, aber nur selten. Spielst du Schach? Spielst du Schach? Ja, aber nur selten. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 25 Jahre alt. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 25 Jahre alt. Magst du Schokolade? Ja, sehr. Magst du Schokolade? Ja, sehr. Magst du Schokolade? Ja, es ist Coldplay. Magst du Schokolade? Hast du eine Lieblingsband? Ja, es ist Coldplay. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Machst du Yoga? Ja, manchmal. Machst du Yoga? Ja, manchmal. Gehst du gerne spazieren? Ja, besonders im Frühling. Gehst du gerne spazieren? Ja, besonders im Frühling. Kochst du jeden Tag? Nein, nur am Wochenende. Kochst du jeden Tag? Nein, nur am Wochenende. Liest du gerne? Ja, ich liebe Bücher. Ja, ich liebe Bücher. Ja, ich liebe Bücher. Ja, ich liebe Bücher. Magst du den Sommer? Ja, Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja, ich liebe Bücher. 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 Hast du Hobbes? Ja, ich male gerne. Arbeitest du im Büro? Ja, ich arbeite im Büro. Arbeitest du im Büro? Ja, ich arbeite im Büro. Bist du sportlich? Ja, ich mache viel Sport. Bist du sportlich? Ja, ich mache viel Sport. Machst du heute etwas besonderes? Ja, ich treffe Freunde. Machst du heute etwas besonderes? Ja, ich treffe Freunde. Hast du eine Lieblingsserie? Ja, ich schaue gerne Friends. Hast du eine Lieblingsserie? Ja, ich schaue gerne Friends. Gehst du oft ins Café? Ja, einmal die Woche. Gehst du oft ins Café? Ja, einmal die Woche. Gehst du Eis? Ja, besonders Schokoladeneis. Magst du Eis? Ja, besonders Schokoladeneis. Wie oft gehst du zum Arzt? Einmal im Jahr. Wie oft gehst du zum Arzt? Einmal im Jahr. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe viele Freunde. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe viele Freunde. Hast du gerne Süßigkeiten? Ja, manchmal. Isst du gerne Süßigkeiten? Ja, manchmal. Bist du oft beschäftigt? Ja, ich habe viel zu tun. Bist du oft beschäftigt? Ja, ich habe viel zu tun. Gehst du gerne zum Strand? Ja, sehr gerne. Gehst du gerne zum Strand? Ja, sehr gerne. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Katze. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Katze. Bist du Vegetarier? Nein, ich habe Fleisch. Bist du Vegetarier? Nein, ich habe Fleisch. Trinkst du Wasser mit Kohlensäure? Nein, ohne Kohlensäure. Trinkst du Wasser mit Kohlensäure? Nein, ohne Kohlensäure. Hast du viele Bücher? Ja, ich habe eine große Sammlung. Hast du viele Bücher? Ja, ich habe eine große Sammlung. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, ich wohne in Berlin. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, ich wohne in Berlin. Machst du Sport? Ja, ich gehe laufen. Machst du Sport? Ja, ich gehe laufen. Was machst du am liebsten am Wochenende? Ich schlafe aus. Was machst du am liebsten am Wochenende? Ich schlafe aus. Hast du oft Besuch? Ja, fast jedes Wochenende. Hast du oft Besuch? Ja, fast jedes Wochenende. Liebsten am liebsten am liebsten am Wochenende? Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Magst du Kunst? Ja, ich liebe Kunst. Magst du Kunst? Ja, ich liebe Kunst. Wie oft telefonierst du? Jeden Tag. Wie oft telefonierst du? Jeden Tag. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich kann gut schwimmen. Kannst du gut schwimmen? Ja, ich kann gut schwimmen. Isst du gern Gemüse? Ja, ich esse viel Gemüse. Ja, ich esse viel Gemüse. Hast du eine Lieblingsblume? Ja, ich mag Rosen. Hast du eine Lieblingsblume? Ja, ich mag Rosen. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Arbeitest du am Wochenende? Nein, ich habe frei. Arbeitest du am Wochenende? Nein, ich habe frei. Fährst du am Wochenende? Ja, ich habe frei. Fährst du oft in den Urlaub? Ja, jedes Jahr. Trinkst du oft Tee? Ja, jeden Abend. Trinkst du oft Tee? Ja, jeden Abend. Liest du Romane? Liest du Romane? Ja, sehr gerne. Liest du Romane? Ja, sehr gerne. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Einmal im Jahr. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Einmal im Jahr. Bist du oft krank? Nein, selten. Bist du oft krank? Bist du oft krank? Nein, selten. Trinkst du Cola? Ja, ab und zu. Trinkst du Cola? Ja, ab und zu. Machst du gerne Fotos? Fotos? Ja, Fotografie ist mein Hobby. Machst du gerne Fotos? Ja, Fotografie ist mein Hobby. Magst du deine Stadt? Ja, ich mag sie sehr. Magst du deine Stadt? Ja, ich mag sie sehr. Gehst du manchmal campen? Ja, im Sommer. Gehst du manchmal campen? Ja, im Sommer. Machst du oft Ausflüge? Ja, gerne am Wochenende. Machst du oft Ausflüge? Ja, gerne am Wochenende. Lernst du gerne? Ja, ich lerne viel. Lernst du gerne? Ja, ich lerne viel. Kochst du gerne für Freunde? Ja, das macht Spaß. Kochst du gerne für Freunde? Ja, das macht Spaß. Was ist dein Lieblingsgericht? Pizza und Pasta. Was ist dein Lieblingsgericht? Pizza und Pasta. Besitzt du ein Haustier? Ja, einen Hund. Besitzt du ein Haustier? Ja, einen Hund. Gehst du oft zu Konzerten? Ja, wenn ich Zeit habe. Gehst du oft zu Konzerten? Ja, wenn ich Zeit habe. Machst du oft Urlaub am Meer? Ja, ich liebe das Meer. Machst du oft Urlaub am Meer? Ja, ich liebe das Meer. Wie oft gehst du schwimmen? Im Sommer oft. Wie oft gehst du schwimmen? Im Sommer oft. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, blau. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, blau. Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre oft Fahrrad. Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre oft Fahrrad. Arbeitest du gerne mit anderen? Ja, ich mag Teamarbeit. Arbeitest du gerne mit anderen? Ja, ich mag Teamarbeit. Magst du Sport? Ja, ich bin sportlich. Magst du Sport? Ja, ich bin sportlich. Trinkst du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Trinkst du Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Bist du ein Morgenmensch? Ja, ich stehe gern früh auf. Bist du ein Morgenmensch? Ja, ich stehe gern früh auf. Magst du Tiere? Ja, besonders Hunde. Magst du Tiere? Ja, besonders Hunde. Spielst du Karten? Ja, ich spiele gerne Karten. Spielst du Karten? Ja, ich spiele gerne Karten. Hast du ein großes Haus? Nein, es ist klein. Hast du ein großes Haus? Nein, es ist klein. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite viel. Arbeitest du viel? Ja, ich arbeite viel. Bist du gerne draußen? Ja, ich liebe die Natur. Bist du gerne draußen? Ja, ich liebe die Natur. Trinkst du oft Bier? Nein, selten. Trinkst du oft Bier? Nein, selten. Trinkst du oft Bier? Nein, selten. Kochst du mit Freunden? Ja, das macht Spaß. Gehst du oft einkaufen? Ja, jeden Samstag. Gehst du oft einkaufen? Ja, jeden Samstag. Magst du lieber Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Magst du lieber Sommer oder Winter? Sommer. Hast du eine große Familie? Ja, wir sind viele. Hast du eine große Familie? Ja, wir sind viele. Gehst du ins Restaurant? Einmal im Monat. Wie oft gehst du ins Restaurant? Einmal im Monat. Hast du einen Garten? Ja, einen kleinen. Hast du einen Garten? Ja, einen kleinen. Kleinen. Einmal im Monat. Mit dem Sie? Ja, ich bin ein ganzes. Ich bin ein ganzes. Drei.